Saving Machine Landsberg 2023 Kannst du die Anlage nochmal machen? Saving Machine Landsberg 2023 Wir spielen heute 1 Song, 2 Song, 3, 4, 5 und nur wenn die uns cool finden Wir haben so viel Neues gekoppelt Wir haben ein Sarg Ein Sarg Hier ist unsere Merchbox Willst du mal unboxen? Dazu gibt es noch die Erklärung Da wo der Sticker aufliebe Das ist unsere Hardware Weil es gibt natürlich solche Die kann man sich natürlich als Band nicht leisten Deswegen alles Selfmade Richtig geil Unsere Sänger passen aber rein Na dann, wir sehen uns Wir sehen uns nachher Wir sehen uns in Landsberg Hallo Aber wo hoch ist das Wenn es zu laut wird Er muss glauben Aber ich glaube nicht Wir werden sehen Wir sind Saving Machine Wir freuen uns sehr heute hier mal wieder spielen zu dürfen So der nächste Song ist Unser Neuen Star und der heißt Why the fuck Ja Yooo Yo Leute Wir sind am MK Unser Release-Konzert findet morgen hier statt. Geil, oder? Wir sind seit um neun hier. Jetzt ist es viertel elf, haben gerade ausgepackt. Hey, ich bin jetzt auch da. Wie gut. Auf nach Midweida, Benson Stage. Hallo Internet, wir spielen heute live. Wir sehen uns im Tourbus. Jetzt hat er sich aus wie so ein Koks-Dealer aus Miami. Das stimmt. Du bist einer. Dann kann ich mal ein bisschen quatschen über uns. Also wir haben heute eine Setlist mit sechs Songs oder so. Ich hab Bock. Ich halte euch auf den Laufenden. Oder, Jendrik? Ja. Ich hoffe, es hat mein Gesicht überhaupt gefilmt. Ich hoffe... Ich habe gesagt, den Scheiß des Koks. Hier ist Check-In. Hallo, wir sind die Benz-Saving-Maschine. Wir müssen doch mal woanders hinfahren. Zwei Kilometer, drei Kilometer. So, angekommen. Equipment ausladen. Da kommt es schon von alleine. Auf geht's. Wir müssen jetzt gleich schon aufbauen. Gleich aufbauen. Bitte Ruhe. Na, die werden wir jetzt stören. Ja, ja, ja. Robert, du rückst hin? Schick, schick. Fühlst du dich hier auf der TV-Stage? Ey, die Stage ist geil, oder? Ich muss euch was zeigen. Du bist hier so schön bei Benz-On-Stage. Läufst hier so rum, drehst dich zur Seite. Und dann ist er der einzig echte MC-Fiddy. Also jetzt bei Benz-On-Stage gewesen. Gerade Soundcheck gemacht. Dann haben wir so ein Lunch-Paket bekommen. Schön aus Papier, weil Umwelt und so ist. Wenn es ja allen wichtig. Dann hole ich das Brötchen aus. Wenn es mit Plastik umgelegt. Nein, Spaß. Okay, wir haben hier ein belegtes Brötchen. Das ist ganz nice. Eine Beefy. Dann ein bisschen Vitamine. Den nehme ich für meine Freundin mit. Eine Banane. Und dann auch eine Packung-Prinzenrolle. Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Ein geiles Lunch-Paket. Freut mich. Wir sehen uns dann. Hey, Jadrik. Freust du dich? Ich bin schon wieder schockiert, was wir hier eigentlich machen. Auf dem Schulhof? Ja. Mitelleude. Wir sollten auch ganz oldschool in der Schule spielen, wie man das halt so mag. Hey, Pim. Freust du dich? Ja. Hey, Abi. Hi. Freust du dich? Ja. Wie ist die Lage? Regnerisch, aber lecker. Nachfilbert, lach mal. Sei der Sonnenschein. Es geht jetzt weiter. Ihr seid die Einzigen, die trocken sind. Die machen alle voll Stress, weil es regnet. Ich sehe gar keinen Regen. Ich weiß nicht, was sie meinen. Es ist doch purer Sonnenschein. Ich brauche noch ein After-Konzert-Video. Eine Meinung? Das war ja geisteskrank. Nee, war geil. Aber man sagt, er war cooler. Weil da konnte ich tanzen. I'm sorry. Dein Bruder war das. Der hat gesagt, ich soll Videos machen. Aber Pilbert zieht sich jetzt aus. Folg ihm. Das sind die Spanner. Warst du nicht mal Manager oder so? Das ist möglich. Aber ich bin nur hauptsächlich hier, weil hier gibt's gratis Zeug. Ich wollte gerade fragen, was du managst. Den Alkoholkonsum von den Leuten. Gef plansen von den Leuten. Das ist das, was die Leute sagen. Hey, ho, let's go. Hey, oh, let's go. Ich bin in der Straße. 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 Da, lasst das Sie von mirとか? Ich bin in der Straße négatelli? Die Straße. Das ist ja heute. Das ist ja heute presidents vagyokimus Lindsey. So sad for to keep up, there's no way of it. I don't know where you go, only to me, the memory of my enemy. Time might die so rapidly, I cannot find a way to go now. Time might die so quickly, I can't do it, I can't do it. Time might die so quickly, I can't do it. So, here it looks like this. This is my equipment. We go here in a Rock Tuner from Warwick. Boss Fass FS5, best Fass Pedal of all time. Then here the Dunlop Classic Wawa. A Dyna Mini Compressor. Then here the Vemmi, which has been followed for years. The Dorn guide is... Yeah. Here is a very technical device. There is a very long cable here outside. There is a whole thing for the boxes. It's already crazy, what's happening here. Robert, how do you find this? Since when did you find this? Since 24 seconds. Are we disturbed? Luisa, make the intro. Hi, welcome to Manuela Elma. We have the 12.08.2023 and today we have a garden party. You need an intro. You need an intro. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. I'll show you something. You can't do anything. You can't do anything. You can't do anything. So, Robert, what's going on today? I'm reamping my guitar-spur for the new album. Wir haben hier eine Vorrichtung, da spannen wir erstmal die 1-12er Gitarrenbox von meinem Gitarrenlärmer ein, mit der wir aufnehmen. Da ist ein Einzel-Laschison-Green drin und jetzt brauche ich deine Hilfe, weil wir das hier jetzt festspannen. Glauben Sie, dieser Mann hat einen Plan? Ich glaube es nicht. Denken Sie, dieser Mann hat einen Plan von dem, was er tut? Ich glaube es nicht. Glauben Sie, dieser Mann hat einen Plan von dem, was er tut? Ich glaube es nicht. Und jetzt bildest du ein Foto von Martin. Ich glaube schon. Glauben Sie, dieser Mann hat einen Plan von dem, was er tut? Wir glauben schon. Ich würde sagen, wir geben da volle Bude rein. Soll ich euch mal zeigen, wie man eine Zigarette dreht? Partou? Das sind Smash de Fates. Unangenehm! Das klingt doch gut, oder? Das klingt doch gut, oder? So, was haben wir geschafft? Rebao und Smartest People sind im Kasten. Jetzt weiter mit Rise of Fuck. Dieser Amp kommt jetzt in den Keller. Ich muss mich nicht sehen. Warum nimmst du mich auf? Es nimmt auf. Das ist ein bisschen weg. Was machen wir heute hier wieder? 3M Mal 2. Part 2. Meinst du das ist auch der letzte Part heute? Ich hoffe es. Hoffst du das auch? Oh ja. Draußen hat es angefangen zu schneien. Was sagen sie dazu? Ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee. Bücherberge, wo ich dann reinspringe. Ganz viele Filme, die ich hier so in Wawa mache. Hallo Internet. Das war unser Vlog für dieses Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Bis dahin. Macht's gut.